Glück auf Schalke und herzlich willkommen hier auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Der Top-Torger der zweiten Fußball-Bundessieger bleibt ein weiteres Jahr auf Schalke. Denn der Vertrag von Simon Traut hat sich gestern durch sein Einheitsgegen Hannover 96 automatisch um ein weiteres Jahr verlängert. Sprich, der 34-Jährige wird auch in der kommenden Saison das Trikot von uns Schalkern tragen. Simon hat von Anfang an gezeigt, wie wichtig er für den FC Schalke 04 ist. Das gilt nicht nur für seine Leistung auf dem Platz, sondern auch für sein Vorangehen innerhalb der Kabine. Er ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Deshalb sind wir sehr glücklich darüber, dass Simon auch über die Saison hinaus bei uns spielen wird, freut sich Sportdirektor Ruven Schröder. Und auch Simon Tirodde ist froh über die Verlängerung. Ich habe schon häufiger betont, dass ich gerne länger für den Verein spielen möchte. Schalke 04 ist ein besonderer Klub. Dass sich mein Vertrag nun verlängert hat, freut mich daher sehr. Ich habe viel vor mit dem Team. Wir sind noch lange nicht am Ziel angekommen. So Simon Tirodde. Ich bin auch extrem happy darüber, dass sein Vertrag automatisch verlängert wurde. Unabhängig davon wäre es sicherlich so oder so dazu gekommen. Und ich denke mal, wer da was anderes sagt, der weiß auch nicht genau, wie wichtig es wirklich ist, so einen wie Simon Tirodde aktuell wieder auf Schalke zu haben. Eure Meinung zur Vertragsverlängerung gerne mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und Glück auf. Anderle Schalker.